Musik Joho Minecraft Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Your Daily Dose Minecraft. So, gut. Was hatte ich gesagt? Haus fertig? Alles schön? Ich weiß gar nicht mehr, was wir danach als nächstes in Angriff nehmen wollten. Ähm, ich bin zufrieden mit dem Stall. Okay, ich bin nicht zufrieden mit dem, der Weg vom Stall muss noch ein bisschen anders werden. Da brauchen wir dann ein bisschen Gravel, der uns, oh, hier geht es aber tief runter. Ups, da wollte ich gar nicht runter, aber das ist jetzt passiert. Dann machen wir dann hier so ein bisschen Gravel rein und einen kleinen Gravelfleck quasi. Und dann pflanzen wir noch ein paar Blümchen hinten. Was mache ich denn jetzt? Muss ich jetzt die Erde reinfüllen, damit ich jetzt nicht hier runterfalle oder Auch hier. So, weil das ist ja nun mal, das ist halt ein Buch. Achso, ja, stimmt ja, da ist ja der Keller unten drunter. Das ist halt ein Hinterweg. Ne, der darf so, der Hinternweg. Dann machen wir das Gleiche auch hier noch. Sieht aus, als wäre das Absicht. Sehr schön. Gestern kam keine Daily Dose Minecraft Folge. Ich war einfach zu krank. Also, bei mir wechselt sich das mit der Erkältung irgendwie so ein bisschen. Oder auch nicht falsch. Ich weiß es nicht. Ich hatte Kopfschmerzen und mir war schwindelig und ich habe mich ins Bett gelegt und den Kopf ins Kissen gedrückt und gedacht, Hey, schön. Hier mag ich das. Hier will ich bleiben. Und dann bin ich eingeschlafen. Zu einer total unmenschlichen Uhrzeit. Mittags nämlich. Bescheuert, ey. Mein Schlafrhythmus ist jetzt offiziell komplett kaputt. Wobei, jetzt müsste er fast theoretisch wieder normal sein. Ich weiß es nicht. Ich bin heute auch mittags aufgestanden und war in der Stadt und allem drum und dran. Also, zu Mittag aufgestanden, so leise und so, Wecker so, 10 Uhr, ey, der Arsch, geh mal wach, mach mal hallo. Und ich so, zu 11, äh, dusche. Und zu 12 stand ich dann da und dachte mir, äh, äh, ich habe zu wenig Gravel, dachte ich mir. Und, ähm, das ist wirklich zu wenig Gravel. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich habe geredet und dabei Dinge getan und das sollte man nicht tun. Schon gar nicht als Frau. Multitasking ist eine Lüge. Ähm, nein. Und, naja, jedenfalls habe ich jetzt irgendwie meinen Schlafrhythmus eigentlich wieder normal gemacht. Aber damit komme ich irgendwie nicht... Ach, hier ist einfach alles kaputt. Sind wir ehrlich. Hier ist alles kaputt. Videospielspielende Leute sind kaputt. So. Wobei, das ist ja auch prinzipiell so ein, ähm, Beispiel für den Freiberufler. Der Freiberufler kann sich aussuchen, wann er arbeitet. Also arbeitet er meistens zu viel und zu lange. Vor allen Dingen zu lange. Und zu Zeiten, an denen man normalerweise gar nicht arbeiten kann, weil man dann nicht im Büro oder in seiner Arbeitsstelle ist. Natürlich ist eins der Ponys nach da unten gegangen. Ist doch logisch. Gehst du jetzt... Was ist hier? Gehst du da raus? Gehst du? Gehst du... Hallo? Gehst du raus? Anishie raus. Gut. Bleibst du da bitte? So, jetzt ist schon besser. Schön. Schön. Brave Ponys, hast du gut gemacht. Ob das jetzt Nevermind oder what the fuck waren, weiß ich jetzt nicht. Oh, hier können wir nochmal ein bisschen Erde reinfüllen. Einen Ponypool wollte ich jetzt nämlich hier nicht hinbauen. Ja, als Freiberufler hat man halt wirklich, ähm, die Freiheit sich alles einzuteilen. Und meistens arbeitet man dann gerade zu viel, ähm, also zumindest bei mir ist das so. Ich mach dann meistens nebenbei einfach zu viel. Und dann sitzt du dann schon ein bisschen doof. Das ist nicht angrenzend, das überwächst dann nicht, ne? Jetzt aber. Es ist ja noch schon ein bisschen doof da, wenn der Schlafrhythmus sich mal wieder so eingerichtet hat, dass es einfach, äh, so ist, dass du bis vier morgens arbeitest. Das hatte ich früher ganz schlimm. Jetzt ist es so, dass du bis vier morgens streame, weil ich halt tatsächlich meine Arbeit den gesamten Nachmittag immer mache. Und, äh, das musste ich halt vor allen Dingen gestern, die Priorität war halt höher, mich um die, ähm, letzten Weihnachtsplakate, die letzten zu kümmern. Oh, jetzt endlich Ostern. Oh, schön. Endlich Ostersachen machen. Schön. Äh, äh, ähm, ja. Ja, für Frühvogel fängt den Wurm. Und, ähm, nachdem, äh, ich jetzt, äh, das hinter mir hatte, da wollte ich dann halt gestern auch nichts mehr machen. Das ist halt bei Let's Plays manchmal so. Also, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass ich immer nur dann aufnehme, wenn ich Zeit und Bock habe. Ich betone das zwar immer wieder, dass ich wirklich nur dann aufnehme, wenn ich Zeit und Lust und Raum dafür habe, weil Let's Plays ein Hobby von mir ist, aber ich lese halt in den Kommentaren auch immer wieder, dass die Leute halt erwarten, dass ich das trotzdem immer rund um die Uhr immer mache. Egal, was ist, ob ich jetzt nun krank bin, ob bei mir irgendjemand gestorben ist oder sowas. Das war ja in der Zeit echt, also, das war ja, das war ja echt super, äh, wie, 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 ähm, verständnisvoll da alle waren. Gut, da gab es auch ein paar Volldeppen drunter, die gesagt haben, wenn Leute gestorben sind, kannst du nicht aufhören als Blitz, man muss gepflegt, fröhlich sein, äh. Boah, Alter, da habe ich die zusammengeschissen und weggeblockt und dann zusammengesch... Also, das ist ja, ich bin ja mal ganz gerne mal gemein in Kommentaren. Noch mehr Babys? Ja, noch mehr Babys. Cool. Höh, wir haben eine richtige Hühnerfarm. Und es ist genau wie bei uns. Ein Quadratmeter pro Huhn. Ähm, nein, also ich meine, ich bin ja, ich bin ja auch gerne mal ein bisschen sarkastisch und ein bisschen fieser in den Kommentaren, gerade bei dummen, sehr dummen Fragen kommen bei mir auch mal ganz gerne dumme Antworten zurück, wo ich dann halt einfach genau weiß, es ist eine Trollfrage, weil so kackenblöd kann niemand sein. Da, da, da darf man das mal, das ist dann erlaubt, ja. Ähm, das sind normale Potatoes, okay. Oh, die Ballen gehören zur Deko. Aber da, äh, da, also da hat es bei mir aufgehört, da habe ich... Das war, da war ich wirklich, das war nicht mal mehr, da kann man nicht sagen, da war ich gemein. Das war richtig... Ja, keine Ahnung, aber war ja auch mit der Absicht, Leute zum Heulen zu bringen. Also, es gibt bei mir so Punkte, da hört es einfach auf. Komm, wir können das bisschen Bauenmehl noch benutzen, um dann da draußen ein paar Blumen zu pflanzen. Gibt es bei euch auch solche Momente, wo es bei euch wirklich richtig aufhört, wo euch jegliche Nettigkeit im Gesicht, äh, einfriert und ihr nicht mal mehr die Möglichkeit habt zu Schauspielern? Also, äh, so wirklich so so ein... Oh Gott, das ist ein Creeper. Da muss ich morgen früh aufpassen, wenn ich dann da pflanzen will, verdammt. Gibt es bei euch auch so Punkte, wo wirklich, also wirklich... Nur so lustig ist, gute Nacht. Guten Morgen, haha, schönes Wetter. Also, wirklich einfach alles aufhört, wo ihr euch denkt, boah, ne, wenn das das Mittelalter wäre, ne, ich würde sagen, du bist next und ich auf dem Scheiterhaufen verbrenne, ne, eigenhändig mit Feuerzeug. Ich mach das lieber nicht nochmal. Das letzte Mal hat der Server so gelaggt, dass der Creeper sich gesprengt hat. Ich warte einfach, bis er verschwindet. Ich glaub, das ist sicherer. Ey, ich sag den Leuten, dass du eine Hexe bist, dann gehen die dich verbrennen, ne? Kann ich eigentlich mit Pfeil und Bogen... Ich müsste mir mal vernünftig Pfeil und Bogen craften und ich hätte jetzt auch... Ich hätte gern bald mal eine Bücherei, aber das krieg ich erst zu Weihnachten. Ah, und wird hier drin eine richtig schöne Bibliothek entstehen. Ja, das ist schön. Und hier unten haben wir dann unseren Keller. Da können wir dann brauen, wie so eine Hexe. So, und hier unten kommt dann noch der Weg weiter runter in die andere Richtung mit einem Minensystem. Und dann kommt hier aber meine Öfen, kommen dann auch noch da rein. Also ich hab ja jetzt erstmal die Öfen hier links und rechts unten gelassen. Das geht eigentlich auch, oder? Ich meine, die kann man ruhig schon so lassen. Das sieht ja eigentlich ganz gut aus, so wie das mir gelungen ist. Und ein Hühnchen. Ups, jetzt hab ich welche geworfen, aber wollte ich das gar nicht. Noch ein Hühnchen. Nein! Oh, nein! Nein! Geh weg da! Hau ab! Nein! Ach, nö. Geh doch mal weg da. Geh du aus ab. Ah, plantche Hühnchen. Wir müssen unbedingt ein paar davon mal aussiedeln. Ja, aussiedeln, nicht flachten. Oder wir erweitern das ganz bis weit nach hinten und schaffen einen Weg nach draußen. Wer flüchten kann, kann flüchten. Wäre auch eine Möglichkeit. Habe ich irgendwelche interessanten, spannenden Kommentare? Achso, warum? Ich wollte eigentlich wegreisen. Wollte mir die Savanne nochmal angucken und schauen. Ähm, vom Bauprojekt her würde ich gerne da weitermachen. Ding dong! Hallo! Guten Tag! Na, wie geht's? Alles schön? Ja, bei mir auch. Ah, das sieht so viel besser jetzt aus mit dem, mit dem neuen, ähm, mit den neuen Steinen. Sind schon richtig nice. Gefällt mir sehr gut. Ich mag auch die Baumstämme sehr. Ist halt die Frage, wollen wir die Westernstadt im Creative Mode bauen? Oder wollen wir sie so, wie ich angefangen habe? Das muss ich nur ein bisschen umbauen. Per Handzwiebeln. Ist jetzt mal eine Frage an euch. Creative Mode oder ja oder nein? Also ich wäre unser einzigstes Creative Mode Projekt hier drin. Ich meine, das gehört ja auch zu Minecraft mit dazu, ne? Ist ja halt eine Möglichkeit, dass wir mal mehr quatschen und uns richtig austoben, bautechnisch. Und richtig experimentieren können und verrückte Sachen anstellen können. Ja, weil das ist ja jetzt noch ziemlich mau, was wir hier von der Westernstadt hier oben so eine Leiter angefangen haben. So, einfach, ich wollte nach Kommentaren gucken. Hatte ich irgendwas Besonderes? KK77, kurze Frage. Das ist aber ein langer Satz dafür. Ich weiß nicht, ob du diese Frage schon gehört hast, weil ich hab das jetzt nicht alle Wies geguckt. Egal, meine Frage ist, ob du bei Waro nicht mal teilnehmen möchtest. Ich meine, du bist richtig Minecraft interessiert. Ich finde halt, das wäre richtig Knorke. Wenn du bei Waro 3, wenn es das jemals geben würde, teilnehmen würdest. Deine Entscheidung wäre halt irgendwie interessant. Sobald ich jetzt Waro richtig verstanden habe, gab es kaum weibliche Teilnehmer oder etc. Bla. Hä? Ich weiß ja nicht, was ihr euch immer eigentlich so vorstellt. Was man als YouTuber immer irgendwie... Ich kenne die alle nicht. Die kennen mich alle nicht. Was habe ich damit zu tun? Wie soll ich da hingehen? Hallo, ich bin die Hallibor. Ihr kennt mich nicht. Ich würde gerne mitmachen. Ich mache mich schon voll zum Affen. Ich weiß nicht. Das ist... Oh, da haben wir auch noch so viele schöne Sachen. Ich glaube, die Diamanten hole ich mir hier mal raus. Ich weiß ja nicht, was ihr euch da immer so vorstellt. Wie das auf YouTube so abläuft, dass jeder jeden kennt oder sowas. Es ist genauso utopisch wie... Ey, frag mal Gronkh. Alter, ich glaube, ich habe den seit drei Jahren... Habe ich mit dem nicht mehr geredet oder so. Weil das ist... Hallo, das ist... Das ist Gronkh. Seid ihr... Das ist... Ich glaube nicht mal Sarah Zahrei. Steht in deinem Scherz. Das ist so utopisch. Karten hier. Was ist denn auf den Karten alles drauf? Das ist so utopisch. Das ist so, als würde ich PewDiePie anschreiben und sagen... Hallo, ich bin übrigens so eine deutsche Let's Playerin. Mach mal was mit mir. Was glaubt ihr eigentlich immer alle? Das ist doch völlig bescheuert. Nur weil ich schon lange Let's Plays mache. Ah, guck, das ist eine Karte von hier. Das ist eine von der Wüste. Die ist total aufschlussreich. Und das ist eine von der Pyramide. Boah, super. Was macht man eigentlich mit Karten? Kann man irgendwo hinhängen? Nein. Warum nicht? Das ist ja doof. Aber hier sieht man den nächsten schon mal. Das da. Okay. Das ist so... Das ist... Oh, die sollte ich vielleicht mal weglegen. Ich das irgendwie dann wegschmeiße. Oder so. Ich kenne das doch. Drückt dann Kuh. Und dann sind Diamanten weg. Wie so... Oh, wo sind die? Hatte ich welche? Weiß ich nicht. Oh, Namensschilder. Wir können Namensschilder. Oh, das ist ja noch eine Karte. Eine Empty-Karte. Äh. Komm, wir werden wir jetzt von meinem Haus sehen. Oh. Cool. Nicht mal hat der Server es nicht mehr abgeschmiert. Cool. Ich will mehr Karten haben. Jetzt will ich mehr Karten haben. Dafür braucht man... Dafür braucht man... Äh... Dingens hier, ne? Und so. Wisst ihr? Da... Die... Äh... Weißt du? Teile. Also... Äh... Papyrus. Genau. Das wusste ich, dass das so heißt. Und da braucht man ganz viel Papyrus. Und der Papyrus... Damit macht man dann Blätter. Und dann packt man da einen Kompass in die Mitte. Und dann passt das. Jo, hallo, Handy. Guten Morgen. Da ist übrigens so ein Loch im Böden. Ja, das Loch ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Jo, jo, natürlich. Als sie geschlafen haben, habe ich schon lautes Böden gehört. Aber war es 100% stö. Ne, da hat sich ein Creeper mit dem Zombie geprügelt. Hä, hä. Ja, also nur nochmal, um darauf zurückzukommen. Ich weiß nicht, was ihr immer alle so glaubt. Was man irgendwie... Also, dass YouTuber irgendwie so... Ne, ich verstehe es nicht. Das ist... Äh... Äh... Da kommen... Es werden immer die Leute sagen, hier suchst du eine hohe Abonnentenzahl. Das sind alles tote Abos. Die habe ich... Keine Ahnung, woher. Ich weiß es nicht. Es gab mal eine Zeit lang, da wurde ich einfach abonniert wie blöde. Aber meine Views sind immer schon gleich geblieben. Ich habe 10.000 Aufrufe. Das ist Durchschnitt. Das reicht gerade so, um... Davon Freunden teure Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Ja, ich werde nicht... Mich werde... Mein Freundeskreis wird mich teilweise ein bisschen hassen, aber... Ich schenke so gerne. Ähm... Nein, was ich... Was... Hallo? Was soll das denn jetzt hier? Was tut das? Das ist unscharf! Ah! 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 Noch eins! Wir gucken mich an! Wir wollen meine Seele aufsaugen. Dass ich nur noch verschwommen sehe. Moment, da brauche ich nur meine Brille abnehmen. Naja. Ne. Aber ihr müsst euch das mal vorstellen. Wenn ihr YouTuber schreibt, mach mal mit dem und dem was und dem und dem und la und die und die und das und das und der und mach mal da mit und so. Das ist immer sehr lustig. Aber da kann ich auch dann gehen zu A, D und Z und F und sagen, hallo! Na, ich hab gehört, ihr hört mit Wetten, dass auf! Ich hab mir gedacht, ich mach das weiter. Das kann ja nicht so schwer sein. Überlasst mir einfach die Sendung. Ich mach das schon. Ne. Mama, Honey kann das bestimmt. Ist klar. Ist klar. Wetten, dass ist klar. Ja, natürlich. Und später übernehme ich dann auch noch Anne Will. Ne, dann mach ich dann aus. Mach ich dann draus, äh, Honey wills Wissen. Und, äh, dann, äh, übernehme ich noch Galileo. Und mach daraus wieder eine richtige Wissenssendung und ich Sendung mit der Maus für Arme. Und das ist doch wahr. Hallo, das ist doch Sendung. Hallo, alles, was die da, was die da je mal irgendwie in irgendeiner Form gebracht haben, gab's in der Sendung mit der Maus schon. Und nur, dass wir in der Sendung mit der Maus so geredet haben, dass man sich nicht gefühlt hat wie ein dreijähriges Kind. Das da, das ist der Eimer. Der Eimerabfaller. Und der, der erklärt euch heute mal, äh, wie man Brot backt. Klingt komisch, ist aber so. Uiuiui, Fienchen. Ne, ne, ne. Ich weiß jetzt nicht, ob man das mit der Karte so richtig ist, aber doch, es stimmt. Geil. Hab so ein bisschen zu viele Kompasse gemacht. Ist die Mehrzahl von Kompass, Kompasse? Ich weiß es nicht, aber ich will jetzt nicht mehrfach die gleiche Karte machen. Ich guck jetzt einfach mal. So, das ist jetzt hier unsere Karte. Gehen wir jetzt hier hoch. Da können wir auch mal sehen, wo wir uns, wenn wir uns unterirdisch befinden, eigentlich befinden. Und wo genau wir uns hingebuddelt haben. Das ist eigentlich ganz cool. So zur Orientierung. Machen wir auf. Machen wir zu. Und da hört die Karte dann auf. Und dann müssten wir dann da eigentlich eine neue anfangen. Oh, scheiße. Da hab ich das zweimal angeklickt und wahrscheinlich jetzt mehrfach die gleiche Karte bekommen. Blöder Scheiß. Ich dachte, da muss man und dann ist das. Und dann hab ich... Und ich hab geklickt und ich dachte, es passiert nix und... Blöder, Mist. Wie die verbudeln. Ist nix passiert. Ähm... Eins, null. Map null. Ja, das war die. Aber sonst hab ich keine Scheiße gebaut, ne? Das ist gut. Dann könnte ich einfach hier hinlatschen. Weiter latschen. Und da quasi die nächste Karte anfangen. Dann nehm ich aber extra mal absichtlich nur eine. Das ist cool. Muss ich nur gerade da hinlaufen. Und es wird gleich dunkel. Sowas blödes. So, ich hoffe, ich hab euch jetzt nicht alle Illusionen geraubt. Aber, honey... Also, wenn's darum geht, irgendwie keine Ahnung, was mit Rami zu machen. Mit DK und so. Das sind meine Freunde. Mit denen kann ich jederzeit irgendwas machen. Also, hoffe ich auch mal. Oh ja. Ja, wie bestimmt lieb. Ähm. Dann ist das natürlich gar kein Problem. Ist cool. Ist eigentlich ganz exakt jetzt, aber... Ist trotzdem cool. Oh, ich möchte das alles kartografieren. Das könnte schwierig werden. Aber so teilweise ist es wenigstens abzudecken. Ach, einfach haben wollen. Ich bin so ein haben wollen Mensch, leider. Damit annähere ich ganze Geldwurz zwei Mitarbeiter, weil ich einfach im Gameshop sage, Oh, das ist schön, das ist Schaden. Du wechseln, ihr geh weg! Und... Oh, ich hab gerade gedacht, dem Schaf wächst dann ein Kopf aus dem Arsch. Aber es war das Huhn dahinter. Okay, gut, hätte man das auch geklärt. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich raub euch da nicht die Illusionen oder sowas. Aber wenn es darum geht, auch jetzt mit, 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 mit Fresh Friends und da kickste und so. Die kenne ich alle, mit denen kann ich alle was machen. Da kann ich auch fragen. Da komme ich mir dann nicht vor, wie der letzte Volldeb, wenn ich da anklinge und sage, ey, kann man was zusammen machen? Ne, 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 trefion sowieso mit Wuschel. Schöner Sonnenuntergang. Durch das rote Fenster sieht es auch nochmal ganz besonders hübsch aus. Gefällt mir, gut. Okay, äh, schreibt mir, wie gesagt, mal in die Kommentare, ob wir, ähm, nun eine Creative-Variante quasi aus unserer Westernstadt halt eine Creative-Version bauen. Da würde ich natürlich dann auch ein bisschen was Aktives, Lebendiges einbauen wollen soll heißen. Ich würde da dann ganz gerne, ähm, ein paar Rätsel einbauen. Vielleicht ein kleines Jumping-Puzzle, eine unterirdische Mine und sowas. Wenn wir schon im Creative-Mode arbeiten, dann toben wir uns natürlich da richtig aus. Vielleicht, äh, mal gucken, vielleicht lade ich auch jemanden dazu ein, der mit mir da zusammen was spielt. So, wie gesagt, tut mir leid, euch die Illusionen rauben zu müssen. Aber nur, weil man irgendwie, in Anführungsstrichen, großer YouTuber sieht doch noch scheiße aus. YouTuber, das heißt das nicht, dass man jeden und alles kennt und dass die einen kennen. Die Welt da draußen ist sehr groß. Ich kenne auch nicht alle Make-Up-Tutorial-Tanten. Tut mir leid, kenne ich alle auch nicht. So, gute Nacht.